Julia Roberts, 54, plaudert aus dem Nähkästchen. Seit 2002 ist die Pretty Woman-Darstellerin mit ihrem Gatten Danny Moda, 53, glücklich unter der Haube. Ihre Liebe krönten die Zwillinge Hazel, 17, und Phineas, 17, sowie Sohn Henry. Hin und wieder macht der Hollywood-Star deutlich, wie happy und harmonisch die Ehe abläuft, beispielsweise mit niedlichen Liebeswidmungen oder Schnappschüssen. Seit 20 Jahren scheinen Julia und Danny auf Wolke 7 zu schweben. Und einem bestimmten Faktor sollen sie das zu verdanken haben. Im Interview mit E. News verriet die Ocean's Eleven-Darstellerin, was für sie das Geheimnis einer glücklichen Ehe ausmache, es ist rummachen. Ganz viel rummachen. Für Julia seien körperliche Nähe und Zuneigungsbekundungen der Schlüssel für eine tolle Beziehung. Ich sage es immer wieder und ich bleibe dabei, stellte die 54-Jährige in dem Interview mit ihrem Kollegen George Clooney 61 klar. George, mit dem sie aktuell in der Komödie Ticket ins Paradies zu sehen ist, sei sie abseits der Kamera hingegen nie näher gekommen. Julia war immer in einer Beziehung oder ich war in Beziehung, erklärte der Gatte von Amal Clooney, 44, dazu. Er und Julia hätten sich auf Anhieb gut verstanden, mehr als Freundschaft sei zwischen ihnen allerdings nie ein Thema gewesen. Er und Julia haben sich auf Anhieb gut verstanden, mehr als Freundschaft sei zwischen ihnen, wie sie die